Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück und herzlich Willkommen nach dem Aftermath von Season Reloaded, wie auch immer man es nennen möchte. Es ging komplett in die Hose und war, das haben relativ viele Spieler und Content Creator gesagt, höchstwahrscheinlich eines, wenn nicht sogar das schlechteste Update, was wir in COD je bekommen haben. Und dann muss man sagen, das ist schon eine krasse Äußerung, wenn man bedenkt, dass wir drei Monate in Vanguard mit einem Krampus gespielt haben auf Shipment damals zur Christmastime, der einen durchgängig zweieinhalb Monate länger als geplant genervt hat, während die gesamte Karte in Feuer stand und 99% der Spieler am PC komplett aus dem Game geschmissen worden sind, weil diese Feuereffekte, weil alles gebrannt hat auf der Karte, so hart auf die Grafikkarten ging, dass die Grafikkarten einfach ausgeschaltet haben. Wenn man so ein Update toppt und damals ist Sledgehammer ja einfach irgendwie in den Urlaub gegangen und kam gefühlt nie wieder, dann bedeutet das etwas. Und wenn man nicht allzu lang danach, wenn man mal so diese Timeline von COD betrachtet, wieder so ein fucking Update hat, wo Sledgehammer wieder verantwortliches Studio ist und das wieder nach einem Winterbreak ist, sollte man vielleicht mal überlegen, ob man die Urlaubszeiten von Sledgehammer und allen anderen Entwicklerstudios vielleicht irgendwie da aufteilt oder anders legt, als jedes Mal kurz bevor ein großes Update kommt, denn offensichtlich geht dann jedes Mal alles schief. Dieses Reloaded Update hat dafür gesorgt, dass zum einen von der neuen Waffe die Aufsätze nicht funktioniert haben, dass in Warzone so circa zwei Tage das Game einfach komplett unspielbar war. Sobald ihr an den Lowdrop gegangen seid, hat das Game einfach angefangen zu lecken, aber nicht so von wegen 10 FPS weniger, sondern man hatte einfach nur noch 10 FPS. Und das Ganze ging so weit, dass selbst unser geliebtes Ranked Play einfach komplett verschoben wurde. Man muss dazu sagen, viele der Sachen haben sie innerhalb von zwei Tagen dann gefixt. Und jetzt kommt das Besondere an dem Ganzen. Gefühlt das erste Mal seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, haben wir relativ zügig danach sogar eine Info bekommen von Raven, was die Probleme eigentlich waren. Und da sollten wir mal drauf schauen, denn das ist Kernthema eigentlich heute. Hat sich hier durch Microsoft irgendwas verändert? Das, was Raven uns da geschrieben hat und auch das, was die Tage danach, was wir uns gleich noch angucken werden, von denen als Info kam, ist etwas, was wir in 15 Jahren so noch nicht hatten. Und es zeigt, dass über Activision mittlerweile jemand sitzt, nämlich in Form von Microsoft, die Interesse daran haben und auch realisiert haben, wie wichtig das ist, Spieler und Community gleichermaßen mitzunehmen einfach. Transparenz ist wichtiger als perfekte Qualität. Aus dem einfachen Grund, dass man eine komplett perfekte Update, perfekte Änderung niemals hinbekommen wird. Aber wenn die Spieler in kürzester Zeit wissen, warum alles dem Bach runter geht, sorgt es dafür, dass die Frustration bei Leuten viel, viel geringer ist, als wenn man, so wie in den letzten Jahren, und ich glaube, da spreche ich euch allen aus der Seele, vor so einem Chaos sitzt und keine Ahnung hat, was eigentlich gerade abgeht oder warum. Und Raven schreibt hier, dass sie ein bisschen über die Probleme berichten wollen, die mit dem Season 1 Reloaded Launch eigentlich jetzt geschehen ist. Und sie sagen da, dass sie in den letzten Tagen und Wochen die Vorarbeit geleistet haben für ein paar Fan-Favorite-Features. Da wissen wir jetzt noch nicht allzu viel von. Es gibt ja ein, zwei Teaser für Fortunes Keep, für Rebirth Island später. Es gibt ein, zwei Teaser für Specialist-Package, sowohl in Warzone als auch dann später im Multiplayer, was sehr, sehr geil ist und worauf man eigentlich vom ersten Tag angehofft hat. Und dazu schreiben sie, das gestrige Update, ich habe extra ein bisschen gewartet diesmal, weil ich wollte nicht nach einem Tag schon irgendwie draufhauen, weil das ist irgendwie manchmal auch ein bisschen assi, wenn man, also, es bringt mehr Klicks, aber scheißegal, ich wollte es ein bisschen objektiver machen. Auf jeden Fall sagen sie, mit dem gestrigen Update sind auch schon Sachen drin gewesen, die sie in den letzten Wochen vorbereitet haben. Und sie haben unglücklicherweise dann festgestellt, dass zwischen deren Servern, wo sie testen und den öffentlichen Servern, dadurch Probleme entstanden sind und haben dann in der Nacht, so steht das hier, verschiedenste Entwickler alle an Bord geholt, damit diese Probleme fix gefixt werden oder schnell gefixt werden. Die als Entwickler lieben das Spiel, sagen sie, und entschuldigen sich für, naja, das Event und für das, was da geschehen ist. Und während sie das sagen, hoffen sie natürlich drauf, dass das so schnell nicht wieder passiert und das ist nicht deren Standard. Das ist ja schon mal ganz löblich, das Ganze. Wenn man jetzt hier aber ein bisschen weiter geht, sieht man eben diesen ersten Teaser, auf den ich mich persönlich sehr freue. Specialist-Package, was auf dem Tower auf Rebirth Island liegt. Und ich kann nur für mich sprechen in dem Fall und ich glaube, es geht einigen so, Rebirth Island war in den letzten Jahren, wenn man alles zusammennimmt, was COD angeboten hat, wahrscheinlich Peak-COD-Gameplay. Und mit dem Movement-System, was wir jetzt haben, was sehr, sehr nah an das Vanguard-Movement-System rangeht, bin ich der Meinung, dass das für ein paar Wochen richtig viel Spaß sorgen kann. Und die Stunden und Tage danach gab es dann eben hier noch die HM9, was ich gesagt habe, die Aufsätze sind verbessert worden, es funktioniert jetzt alles wieder, WXP ist mit reingekommen, bla bla bla. Also, es gab dann die Stunden und Tage danach ganz viel Infos, auch zu Warzone, was man da mit den Low-Drops machen kann. Dann haben sie hier gesagt, es gab ein Problem, weil sie verbessern wollen, wie die Airstrikes funktionieren. Das kann man dann hier sehen. Man wird in Zukunft sehen können, nicht nur Indikator, es kommt ein Airstrike, sondern in welche Richtung geht er, in welchem Bereich. Und ich glaube, Airstrikes in Warzone sind seit Jahren so unfassbar nervig. Ihr seid 100 Meter entfernt, ihr seht, dass der da hinten gedroppt wird, ihr lauft nochmal 100 Meter, das Ding trifft euch trotzdem. Ihr denkt euch, das kann nicht sein. So, all diese Sachen sind wohl schon vorbereitet gewesen von Raven Software und dann eben in dem Update mit drin gewesen, was am Ende nicht funktioniert hat. Generell, finde ich, ist das auch gar nicht tragisch, wenn da irgendwas schief geht. Jetzt kommt aber das große Aber, etwas, was Microsoft sich auf die Fahne schreiben muss, denn da sind sie jetzt verantwortlich. Vorletztes Jahr hat Activision mehrere hundert Quality-of-Life-Tester und Qualitätstester, Q&A-Tester, rausgeschmissen in einem Streit über höhere Bezahlung für die. Und diese Positionen sind bis heute nie aufgefüllt worden. Wenn man eine ausreichende Gruppe von Qualitätstestern hätte, würde man solche Updates gar nicht erst so rausbringen müssen und mit dem ganzen Chaos dann nacharbeiten, weil man Leute hätte, die dafür bezahlt wären, um Fehler zu suchen, um Probleme zu suchen, um Bugs zu suchen. Die zu reporten an die Entwickler, damit die Entwickler, bevor das Update live geht, eine Möglichkeit haben zu sagen, alles klar, wir sehen hier die Probleme, wir machen es, Update kommt zwar rechtzeitig, aber wir müssen das und das noch fixen. Ob Microsoft diese Position noch besetzen wird oder ob sie der Meinung sind, dass es vielleicht viel einfacher ist, einfach im Notfall irgendwie alles zusammenzutrommeln und dann solche Sachen zu fixen, weiß ich nicht. Aber es zeigt für mich eine deutliche Entwicklung im Gegensatz zu früher. Früher war es so, Update war kaputt, Game war kaputt, wir alle waren frustriert, keiner wusste, was ist. Nach sechs Wochen war es behoben, es gab nie eine Äußerung dazu, kein gar nichts. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ohne große Probleme das Reloaded Update spielen. Ich finde es halt jetzt nicht großartig vom Content her und die Seasons meiner Meinung nach sind auch viel zu lang für viel zu wenig neue Sachen dabei. Aber das ist ja das, was wir seit Jahren haben und sollte wenige Leute überraschen. Ich persönlich schaue sehr, sehr gespannt auf den Release von Fortune's Keep und Rebirth Island, weil das wirklich, Fortune's Keep war für mich nicht so gut wie Rebirth Island, war trotzdem sehr, sehr gut und ich freue mich sehr darauf, dass wir es beispielen können. Nächstes Video, was ihr bekommt, ist, da werden wir uns aber ein bisschen kritisch gegenüber Activity schon äußern müssen. Wir haben vor acht Wochen eine Info bekommen, dass wir in kurzer Zeit Infos über Skill-Based Matchmaking bekommen. Ich habe ein Video dazu gemacht. Habt ihr die Infos gesehen? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ansonsten Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wenn ihr in der Season jetzt wirklich gut spielen könnt, unten ist ein Link, 10% für sehr geile Controller. Schaut mal rein.